Wir können eigentlich gar nicht recht glauben, dass wir nun schon vier Monate unterwegs sind. Die Saison neigt sich ihrem Ende zu. Es ist bereits der 6. September. Ab dem 1. Oktober beginnt hier in der Region die Nachsaison und die Preise fallen. Der Anker ist raus. Wir verlassen unseren herrlichen Ankerplatz. Es war eine unglaublich intensive, wunderbare Zeit. Jetzt freuen wir uns auf unseren zweiten Anlauf in Chibiona. Der große Fluss Guadalquavir mündet hier in den Atlantik, in der Region Andalusien, in der Provinz Cadiz. Chibiona haben wir euch ja bereits in Episode 20 ausführlich gezeigt. Es ist wirklich einen Stopp wert. Wir nutzen heute die Gelegenheit um einzukaufen, denn nach so vielen Anker Tagen können die Vorräte ruhig wieder mal aufgefüllt werden. Wir bewegen uns ja jetzt praktisch wieder zurück in Richtung Algarve und nutzen nun die Erfahrungen der Hinfahrt. Suchen neue Liegeplätze oder Marinas auf, die wir auf dem Hinweg nur von Weitem gesehen haben. So geht es jetzt von Chibiona an den Ankerplatz vor der Marina Massagon. Vor Anker liegen, hier nahe der Marina Massagon wird nie langweilig, weil der Hafen von Hülva von vielen Frachtern und Tankern angelaufen wird. Der Hafen ist nach Barcelona flächenmäßig der zweitgrößte Spaniens. Dort, wo Rio Odil und Rio Tinto sich vereinen. Elf Kilometer vor Massagon. Diese Stelle hier ist durchaus für einen Übernachtungsstopp zu empfehlen. Man liegt geschützt und hat einen guten Ankergrund. Das ist unser Ankerplatz vor Massagon. Wir haben gerade den Anker hochgeholt und laufen jetzt aus. Ein Pilot kommt auch gerade aus dem Hafen raus. Ah ja, der geht ja draußen an den Rand. Da hinten kommt einer raus. Da kommt der Pilot. Und hier vor uns kommt einer rein. Die Einfahrt hier nach Rompidou ist ziemlich tricky. Viele Sandbänke. Die Karte stimmt nicht mit dem überein, was in der Praxis ist. Da muss man schon ganz schön gucken. Zwischen der zweiten und der dritten Marina fällt schließlich unser Anker. Der Kontrast zum vorigen Liegeplatz könnte nicht größer sein. Dort liegt man geschützt, aber direkt neben dem Fahrwasser zur Großschifffahrt. Hier in einer Art Freizeitgewässer, wo lediglich einige Fische aus- und einfahren. Am einen Ufer die Urbanisation El Rompidou mit seinen vier Marinas. Auf der anderen Seite ein herrlicher Dünenstreifen zum Atlantik hin. Und hier sehen uns 이제. Wir verlassen nach einer guten Woche El Rompido mit dem Ziel Christina. Man kann El Rompido nur bei Hochwasser verlassen, weil es eine sehr komplizierte Einfahrt ist. Ein großer Hotelkomplex liegt direkt am Eingang nach Rompido. Von Weitem ist gut zu erkennen an dieser Kuppel. Das war eine ziemliche Biesterei hier rauszufahren. Wir hatten teilweise nur einen Meter Wasser unterm Kiel bei Hochwasser hochgemerkt. Und wir haben da einen Meter Thiele hier. Also das ist eine ganze Menge. Die Tonnen lagen wieder mal völlig falsch. Und wie wir auch reingefahren sind, haben wir das ja schon gewusst. Da kann man sehen, wie wir da ein Stück übers Land gefahren sind scheinbar. Hilde Christina. Vom Hinweg, bereits bestens bekannt, laufen wir heute zum zweiten Mal an. Nicht nur, weil es uns so gut gefallen hat, sondern auch wegen der guten Einkaufsmöglichkeiten. Das war ein Stück, während wir heute zum nächsten Mal an. Wir sehen uns bei einem Moment, nicht nur, bis zum nächsten Mal an. Nur wenige Meilen folgen wir dem Grenzfluss Guadiana hinauf, um in der Marina Ayamonte einzuschecken. Ayamonte. Grenzstadt zwischen Spanien und Portugal. Keine sensationellen Sehenswürdigkeiten. Es lässt uns trotzdem oder gerade deshalb einige entspannte Tage erleben. Das Wetter ist ja auch hervorragend. Allein es fehlt der Wind zum Segeln. 10 Uhr. Herrliches Wetter. Und Nordwind. Nordwind sollte für uns gut sein. Vielleicht können wir heute sogar segeln. Ja. 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 Musik Schon im Juli, bei unserem ersten Besuch dieser wunderbaren Lagune vor Kulatra, waren wir begeistert. Die Gegend hier um Faro herum ist für Extremsegler, wie wir es sind, perfekt. Extremsegler? Ach ja, wir versuchen immer bei extrem gutem Wetter zu segeln. Musik Gestern Abend habe ich eine Art Ausschreibung für unseren Winterliegeplatz gemacht. Fünf Marinas haben von mir eine entsprechende E-Mail-Anfrage für einen sechsmonatigen Aufenthalt bekommen. Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, wer das beste Angebot macht. Besondere Kriterien für uns sind zum einen der Preis, die Sicherheit, die Erreichbarkeit des nächsten Flughafens und natürlich sollte uns der Ort selbst auch einigermaßen gefallen. Musik Wir bemerken nicht nur an der Zeitumstellung, dass wir wieder in Portugal sind, sondern auch daran, dass wir hier problemlos überall mit dem Dinghy anlanden können. Portugiesisch verstehen wir noch weniger als Spanisch, haben jedoch weniger Verständigungsprobleme. Die Portugiesen sind super freundlich, hilfsbereit und kommunizieren so lange mit Händen und Füßen, bis wir verstanden haben, worum es geht. Musik Hier auf Kulatra gibt es zwei kleine Supermärkte mit familiärem Charakter. Wenn man bedenkt, dass alle Waren per Boot vom Festland herübergebracht, dann mit einem meist Handkarren zum nächsten Geschäft gebracht werden und trotzdem einen annehmbaren Preis haben, frage ich mich, was für die Leute hier noch übrig bleibt. Wir decken uns hier mit frischem Brot und einigen Flaschen Wein ein. Musik Auf der Rückfahrt zum Ankerplatz freue ich mich bereits schon auf Kapuzeiners mit Hackfleisch, Ananas, Zwiebeln und frischem Knoblauch. Vom Skipper des neben uns ankernden Katz bekommen wir den Tipp, dass am nächsten Morgen in Olaau ein großer Bauernmarkt stattfindet. Musik 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 Herzlich Willkommen im Mola Mola Kochstudio. Heute haben wir uns nach unserem Marktbesuch für ein ganz einfaches Gericht entschieden. Spaghetti Carbonara mit Scampis. Zuerst werden die Scampis von der Schale und dem Darm befreit und in Knoblauch angeschwitzt. Dann haben wir eine Carbonara vorbereitet. Eier, Petersilie, Pfeffer. Da kommen dann die fertigen Spaghetti rein. Wir nehmen die Spaghetti direkt aus dem Topf, ohne sie abzuschütteln. Dann gerinnt das Ei der Carbonara nämlich nicht. Das ist ganz wichtig. Hinzu gesellen sich jetzt nur noch die Scampis. Ein Glas Rotwein dabei und einfach genießen. Der 30. September, morgens früh um viertel vor neun. Wir haben soweit das Boot klar gemacht und wollen heute den Anker nach neun Tagen lichten. Wir haben eine wunderbare Zeit hier vor Culatra verbracht und freuen uns jetzt auf die kleine Strecke mit 25 Meilen nach Albufera. Nilio liegt da. Mit denen sind wir seit Gibraltar unterwegs. Treffen uns immer wieder. Ganz, ganz toll. Mit diesen Knöpfen kann man die Ankerwinch betätigen. An dieser Stelle machen wir einen kurzen Break und freuen uns darauf, euch zur Episode 24 wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin verbleiben wir, eure Mola Molas. Bis dahin verbleiben wir, eure Mola Molas.